In dieser Folge wird bestimmt noch ein sechstes Mal genießt oder genossen, wenn ihr damit hört oder seht's. Und willkommen zurück bei Tell Me Why. Man hat ja auch wieder windlang pfeift. Sieht so schön aus. Aber kalt ist es bestimmt auch, denn sollte man halt vorbeugen. Die könnte man runter. Ne. Da wird bestimmt was ausgelöst. Nicht, nicht erlassen. Nicht darunter. Komm hier lang. Das haben wir beim letzten Mal auch verpasst. Glaubst du Snowball lebt immer noch dort? Schneeöl wird nur etwa zehn Jahre alt. Oh, Ruhe in Frieden, Snowball. Aber, aber vielleicht. Ein vertrocknetes Grün. Das kommt mir bekannt vor. Das ist die Mama von... Vom Eddie. Ich hab vergessen, wie schwer der Tod von Eddys Mom von Mary Ann war. Naja, wir waren erst vier, aber... Ja. Sie verlor eine ihrer einzigen Freundinnen. Sie hat immer gesagt, ohne Carol hätte sie nie ein Zuhause in Bellos Crossing gefunden. Glaubst du, ihr Tod wurde Anfang von Mary Ann's? Du weißt schon. Es hat sicher nicht geholfen, aber... Nein. Das war Jahre später. Moment mal, das ist eine Kiste. Ist das die Sammelfigur? Oh, ja. Nee, oder? Unsere Kiste ist noch hier. Also, wir haben etwa tausend Tuben Kleber draufgepackt. Äh, und dann geht die so einfach auf. Und wie es da drin aussieht, hat die noch keiner aufgemacht? Hat da noch keiner was rausgenommen? Okay. Die steinalte Biberdame, das ist dann... Die Mama vom Eddie. Ich würde mir die Kiste gerne genauer angucken. Ups. Hm. Aber noch nicht... Zu früh frei. Noch ist nicht alles geschafft. Okay. Dann halt nicht. Ich lese es mal vor und dann hören wir es nochmal woanders an. Die steinalte Biberdame ist ein hilfreiches und fleißiges Wesen. Sie ist die treuste Freundin der Prinzessin. Ja. Ist eindeutig Eddies Mutter. Puh. Bin ich aber auch erleichtert, dass wir das jetzt haben. Ja, zum Glück nicht da runtergegangen. Nicht drauf treten, ne? Dass man sowas noch wohin schreiben muss. Was war das für ein Tier? Das klang erst wie ein Hund. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Nächte. Jetzt gucke ich dir nach jeden Grabstein. Das große Ding kann man sich wiederum nicht angucken. Das könnte etwas dauern. Oh, hier dürfen wir gar nicht hin. Das ist ja fies. Ich bin gefreut, hier ist noch eine neue Ecke. Nee, nix. Ich bin gefreut, ich bin gefreut. Ist sie das? Was zum Teufel war los mit dir? Was ist zerbrochen? Warum hast du nichts gesagt? Wir waren doch deine Kobolde. Du hast nicht auf dich allein gesteckt. Tessa? Kinder, ich hatte nicht erwartet. Was tut ihr? Was tut ihr hier? Sag mal, was machst du hier? Du fühlst dich wohl schuldig, was? Nach unserem Tod sind die Gäste weg. Wir gräber alles, was unseren Hinterbliebenen bleibt. Ihr Grab verwittern zu lassen, wäre herzlos. Ich bin nicht herzlos. Herz ist genug, unsere Mutter beim Jugendamt zu melden. Ich… Ich wollte euch beschützen. Mary Ann ging es täglich schlechter. Ich hatte Angst, dass wenn alles so weitergeht wie bisher, wäret ihr am Ende… Wären wir am Ende gestorben? Nein, das mache ich nicht nochmal. Ich werde nicht nochmal für ihre Entscheidungen gerade stehen. Mary Ann ging es gut, bis du sie gemeldet hast. Gut? Sie lebte seit Jahren nur von Almosen. Man kann nicht immer völlig zugedröhnt zu einem großzügigen Jobangebot aufkreuzen. Wenn man überhaupt auftaucht. Letztendlich hat sie sich von uns allen abgekapselt. Sie war allein und chancenlos. Alles war gut, bis du ihr gedroht hast, uns wegzunehmen. Ich wollte doch nur nicht, dass sie euch mit sich herunterzieht. Sie ließ euch klauen, verdammt. Eure Mutter wollte nie ein Teil dieser Gemeinschaft sein. Sie dachte immer, sie sei besser als der Rest von uns. Ein verwöhntes kleines Mädchen, das sich als Prinzessin im Märchenwald sieht. Sie hätte sich mit jemandem einlassen sollen, statt verheiratete Männer zu verführen. Fragt nur Sam Kansky, wie viel besser das für alle gelaufen wäre. Halt, was? Ich… Oh Gott. Was war zwischen ihnen? Ich habe nicht nachgedacht. Bitte, vergesst das einfach. Tessa. Tessa. Ich weiß nur, was auch passiert ist. Laura hat Sam dafür verlassen. Aber ich hätte nichts sagen sollen. Ich hatte es versprochen. Tut mir leid, Kinder. Tja. Bei sich hat sie jetzt gar nicht angesetzt, aber sie sei auch betroffen. Du hättest es besser machen können. Du hast getan, was du tun musstest. Du hast unsere Familie zerstört. Ah, die Tessa ist ja in Ordnung, deswegen will ich nicht das oder das sagen. Und wie Allison guckt. Du warst besorgt und hast getan, was für dich richtig war. Ich weiß. Allison auch. Die Situation war so beschissen, dass, naja, es wahrscheinlich keine richtige Antwort gab. Danke. Ich… Ich… Nein. Ich hätte mehr tun können. Mary Ann war so fragil. Sie brauchte Hilfe und ich… Ich habe versagt. Ich habe Schuld an ihrem Tod. Ich weiß, ich habe Fehler gemacht. Ich kann leider nicht mehr tun, als mich zu entschuldigen. Könnte ich eure Mutter zurückholen, würde ich es tun. Ich verdiene eure Vergebung nicht. Besonders deine, Tyler. Aber wenn ihr mich noch in euren Leben wollt, bin ich gerne da. Erst muss ich etwas wissen. Akzeptierst du mich, wie ich bin? Darüber habe ich nachgedacht, seit du nach Hause gekommen bist. Ich glaube fest daran, dass mein Leben besser wurde, weil ich es nach Gottes Wort gelebt habe. Aber ich glaube auch fest daran, dass wir nicht immer verstehen, was er uns genau sagen möchte. Ich habe ihn um Rat gebeten. Und nun, da ich dich hier vor mir sehe, du bist so ein starker und umsichtiger junger Mann. Das muss seine Antwort sein. Das bedeutet mir viel. Danke. Tessa, ich weiß, die letzten paar Tage waren heftig. Wenn du magst, bin ich bereit für einen Neustart. Aber das kann ich nicht entscheiden. Tyler? Ich könnte nicht vergeben. Nö. Ich will keinem mehr verlieren. Und wenn wir Leuten nicht vergeben können, was bleibt uns verdammt nochmal übrig? Danke. Euch beiden. Kinder, ich habe die Geschichte eurer Mutter nie gekannt. Aber sie war offensichtlich sehr schmerzhaft. Sie sagte immer, ihr beide wärt das einzige Glück gewesen, das sie je hatte. Ich will mich bemühen, ihr zu vergeben. Ich hoffe, ihr könnt es auch. Wenn ihr zwei morgen in der Stadt seid, kommt doch ins Café. Ich geb was aus. Da will ich mal hin, aber... Steht Kokosnusskuchen auf der Karte? Weißt du, das ist sehr gut möglich. Dann sehe ich euch beide morgen. Sicher. Komm schon. Mann, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Ins Café gehen können, das wird angesprochen. Wann kann ich da hin? Das ist so fies. Das war wild, was? Aber hallo. Ich hatte sie schon aufgegeben. Aber manchmal ändern sich Menschen wohl doch. Ich weiß. Jetzt fühle ich mich wie der letzte Arsch. Tessa fühlt sich bestimmt genauso. Ja. Der erste Tag zurück im Büro wird jetzt echt unangenehm. Oh, ich bin mir sicher, ihr beide schafft es nie über diesen Tag zu reden. Ganz genau. Echt unangenehm. Tja, muss man durch. Das Leben ist halt nicht einfach. Es ist, ne? Wisst ihr schon, was man sagen könnte? Ich glaube ja. Ah, Nummer 6 doch noch. Haha. Also nicht, dass ich mich freue, dass er alles niesen muss, aber... Ich meine, ich habe schon so oft gesagt, jetzt könnte man hier noch gucken. Aber es gibt keine Interaktionsmöglichkeit mehr, ne? Nicht auftreten. Wollen wir jetzt so nah rangehen? Touch, touch. Haha. Trampel, trampel. Jetzt könnte man nicht noch das da einsammeln. Okay. Das hätte man jetzt schon verpasst. Also bis hierhin zurück. Ja. Interagieren. Nein. Ich habe gedacht, das wäre ein zweiter gewesen. Deswegen habe ich hier zuerst das angeguckt gerade eben. Da war ich nicht mehr ganz auf der Höhe. Hier war das mit den Erinnerungen. Die können manchmal drüben. Dabei sind sie vielleicht noch gar nicht so alt. Hä? Wo sind die Spuren hin? Machen wir halt neuer. Ein bisschen an der Spraydose geschnüffelt, so sieht das aus. Ich bin schon so sehr auf die weiteren Abenteuer von Download gespannt. Also mir hat ja damals Remember Me gefallen. Das war jetzt... Ja, also klar gibt es da auch eine Geschichte, aber da geht es jetzt weniger um die Charaktere und deren Geschichte. Also hier geht es ja wirklich nur um die Geschichte. Da ist auch noch ne Menge Gameplay dabei. Hat mir gefallen. Remember Me. Dann die Life is Strange Reihe. Also die Spiele, die sie gemacht haben. Life is Strange und Life is Strange 2. Jetzt hier Tell Me Why. Dann gibt es hier noch Twin Mirror und mal gucken, was die noch so machen. Bin ich schon sehr gespannt. Irgendwann werden wir dann mehr erfahren. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Wie die Sonne rauskommt. Schön. Hoffentlich schmilzt kein Schnee. Ich muss gerade bei hoffentlich an. Ernestens hoffentlich ist sie schön klein denken. Aktuelle Aufgabe, folge dem Pfad am See zurück zum Auto. Tessa ist schon gegangen, das Auto mit dem Oskar steht noch. Möchtest du dich vielleicht hinsetzen? Oh ja. Praktisch, dass hier schon eine Schwupps hin eine frei ist. Wer ist das eigentlich? Guten Tag. Dürfen wir uns hier hinsetzen? Keine schlechte Aussicht, was? Ja. Ich verstehe jetzt, warum sie Friedhöfe an schöne Orte setzen. Macht es etwas erträglicher. Tja, dieses Wiedersehen ist irgendwie entgleist, hm? Oh, du meinst, wie wir Delos Crossing auf den Kopf gestellt haben und alle bösen Geheimnisse rausfielen? Ja, aber jetzt wissen wir, was wirklich passiert ist. Ich kann dir übrigens nicht genug danken. Ey. Bruder und Schwester, hm? Aber in letzter Zeit war es eher Bruder als Schwester. Und dafür will ich mich bei dir bedanken. Das musst du echt nicht tun. Du hast mein Leben gerettet, Alison. Und du bist deine ganze Kindheit über ein Fireweed eingesperrt gewesen. Warte. Gibst du dir dafür immer noch die Schuld? Nöcht doch. Ich wollte das so. Es ist nur... Ich hab dein Leben gestohlen, Tyler. Und ist dann total vergeudet. Das stimmt nicht. Du bist auf dem Weg nach Denali. Michael wird ein berühmter Koch. Und was mache ich? Nichts. Hier läuft ja gerade keine Zeit ab. Aber ich denke mal halt bei verlorener Lebenszeit. So mein Teil. An das letzte Spiel von Dontnod 4. Tell me why. Da wurden auch viele Jahre vergeudet. Und warum? Weil das Leben einfach gemein war. Oder ist. Und hier genauso. Warum musste überhaupt in dem Fall Tyler Einer nicht komplett eingesperrt werden? Aber warum mussten da so wertvolle Jahre einfach verschwendet werden? Es gab keine Beweise. Aber, aber. Wegstecken. Das ist so bitter. Ich meine, das Leben ist eh schon viel zu kurz für die ganzen schönen Dinge, die man mit der Zeit einfach entdeckt. Aber dann halt wertvolle Jahre einfach so wegzuschmeißen. Gut, Tyler hat sie ja auch gut genutzt. Trotzdem. Hätte er ja auch unter anderen Umständen nutzen können. Das ist so gemein. Aber das ist halt auch. Das Leben. Du hast das alles eben auf deine eigene Weise verarbeitet. Okay? Sobald wir mit dem ganzen Mist durch sind, verkaufen wir das Haus. Dann gehst du nach Juno. Und Stadt ist voll durch. Bei dir klingt das so einfach. Nein. Bei uns war noch nie etwas einfach. Aber wir haben es durchgezogen. Stimmt's? Ja. Du hast recht. Hey. Wo auch immer Ranger Tyler landet. Er sollte ab und an auch mal uns Stadtbewohnern einen Besuch abstatten. Hörst du? Aber klar. Naja, und das dauert ja ohnehin noch etwas. Wir haben Zeit. Oh ja. Natürlich. Das haben wir. Tja, jetzt kennen wir die Geschichte also. Marianne war durch mit Delos und Delos durch mit ihr. Vielleicht war sie zu stolz, aber sie hat so lange so hart gearbeitet. Und als sie am Ende ihrer Kräfte war, kam ihr niemand zu Hilfe. Nicht mal Tessa. Oder Eddie. Und als dann das Jugendamt auf dem Weg war, hat sie… Aufgegeben. Aber… Ihre Kinder töten? Ernsthaft? Ich weiß nicht. Es fühlt sich so an, als ob da noch was fehlt. Oder? Das ja, und sie wollte sie nur beschützen, die Kinder. Deswegen die Waffe. Aber hey, man kann nur spekulieren. Man weiß es einfach nicht. Du wirst nie verstehen, was ihr durch den Kopf ging. Hat sie bestimmt nicht mal selbst. Das Gefühl wird wohl für immer bleiben. Ja, das wird's. Weil man sie nicht mehr fragen kann. Und selbst wenn… Wer weiß, ob's dann rauskommt. Sobald ich die Couch sehe, fall ich um. Rappel dich lieber auf. Wir müssen immer noch etwas aufräumen. Muss das sein? Hey, wer am meisten packt, schläft auf dem großen Sofa. Scheiße. Ich hol den Feuerlöscher. Was für ein Arschloch. Tyler! Tyler! Alles okay? Ja, das sind Scheune. Ich mach das. Bleib hier. Was war das? Ach, da… da war ein Typ… er hat mir die Tür ins Gesicht geschlagen. Ein Typ? Wie sah er denn aus? Ach, ich bin mir nicht sicher. Ich konnte ihn nicht gut sehen und… und er war schwarz gekleidet. Oh Gott. Warum würde jemand unsere Scheune niederbrennen wollen? Ich weiß nicht. Doch, ich finde es heraus. Wenn man mehr weiß, wie wir. Da oben ist ein Schatz. Für andere ist das einfach Kitsch oder einfach Quatsch. Aber ich finde, da oben ist ein großer Schatz. Ich mein, wie viel… Ich glaub ich hab was gefunden. Mühe und Hingabe, dass da oben eingerichtet wurde. Ja, lassen wir hoffen, du bleibst schön klein. Kleine Spinne. Aktuelle Aufgabe, durchsuche die Scheune. Diese scheiß kaputte Tür war kein Hinderlös. Hi. Tja, zumindest hat er uns die Karre gelassen. Da oben steht noch was Blaues. So ein Arsch. Hat Eddie dir beigebracht, wie man einen Brand löscht? Nö, das war ich selbst. Nö, das war ich selbst. Hey, sieh dir das mal an. Nö, das war ich selbst. Musste er denn wirklich alles zerschlagen? Er hat unter den Teppich geschaut? Der Benzinkanister war schon heute Morgen da. Er hat ihn nicht mitgebracht. Wohl einfach genutzt. Gott, er hat die Bude echt auf den Kopf gestellt. Nur zum Glück haben wir wenigstens das hier zum Vorschein, damit wir das jetzt mitnehmen können. Jetzt am Ende, du wurdest verschont. Die Mondhexe. Wer ist die Mondhexe? So viele weibliche Charaktere gibt's ja gar nicht mehr. Hey, sieh dir das mal an. Die steinalte Beberdame ist ein hilfreiches und fleißiges Wesen. Sie ist die treuste Freundin der Prinzessin. Er muss bei der Stimme an... Die Kinderstimme von... Von Larra Ding, von Larra Croft in Shadow of the Tomb Raider. Der Gedanke kommt erst jetzt. Die steinalte Beberdame ist ein hilfreiches und fleißiges Wesen. Sie ist die treuste Freundin der Prinzessin. Besser später als Nia. Die Mondhexe. Die Mondhexe ist eine alte und mächtige Hexe. Sie lockt ihre unschuldigen Opfer tief unters Eis und hält sie dort auf ewig gefangen. Was für eine Biatch. Drei noch. Okay, okay. Aus fünf werden fünf und dann drei. Er hat sogar die Schubladen ausgekippt. Der Kerr war echt gründlich. Der Kerr war echt gründlich. Er kam nicht ran, hat er sich halt gedacht, na... Wenn ich nicht rankomme, dann brenne ich halt alles ab. Aber damit muss man doch noch rechnen. Man müsste auch damit rechnen, dass dann... Etwas, was unter der Scheune ist, dann nicht vom Feuer gefressen wird. Ist das eine Kiste unter der Scheune? Ja, was zum Teufel? Ich glaube, hier hat das Feuer begonnen. Also wollte er den Inhalt einfach verbrennen. Das sehen wir uns an. Ich muss noch ein paar Bretter entfernen, um ran zu kommen. Hm. Wo finden wir nur das passende Werkzeug dafür? Wie doof der doch ist. Ich meine, der hat es schon aufgemacht und kam nicht ran und denkt sich dann... Hach. Dann brenne ich hier alles ab. Auf den Gedanken würde ich nicht kommen. Aber hey. Ach, sowas ist Geschmackssache. Diese Dielen sind neuer als der Rest. Diese Ecke war einfach nur Erde. Für ihre Hühner. Sie hat immer gesagt, sie will diesen Ort in einen echten Bauernhof verwandeln. Unsere kleine Tundra-Farm. Ein Hühnerstall? Ein Hühnerstall? Okay, da kommt glaube ich nichts Neues mehr. Ist das eine Kiste unter der Scheune? Ja. Was zum Teufel? Ich glaube, hier hat das Feuer begonnen. Also, wollte er den Inhalt einfach verbrennen? Das sehen wir uns an. Ich muss noch ein paar Bretter entfernen, um ran zu kommen. Blöder Feuerlöcher. Finden wir nur das passende Werkzeug dafür. Jetzt wissen wir wohl, wie er das Loch gemacht hat. Gordon Freeman war hier. Der kann auch in der Zeit reisen, oder? Schön da rangehen mit dem Gesicht, falls da jetzt vielleicht was abbricht. Alles okay. Tja, ich kenne nur eine Person, die eine Lagerkiste so aufwendig dekorieren würde. Marianne. Öffnen wir sie. Was ist das da? Irgendeine Schnitzerei. Keine Ahnung, was sie bedeutet. Drei Ziffern. Irgendeine Idee? Zahlen waren ja nie so Mariannes Ding. Ich glaube, wir müssen das Schloss aufbrechen. Hier muss es etwas geben, um das Schloss aufzubekommen. Am besten ohne die Kiste zu zerstören. Auf einmal ist Alisson auf der Seite der Aufbrecher. Aber nicht dabei die Kiste zerstören. Aber wie wäre es denn mit aufsperren? Die drei Ziffern. Ja, hat etwas gedauert. O.A. 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 Halt! Da! Eine Eins. Eine Null und eine Drei. Ich will gar nicht ausprobieren, wie das mit Aufbrechen ist, weil ich will es einfach nicht zerstören. So einfach ist das. So klappt es nicht. Hm. Nicht von oben nach unten. Ich frage mich gerade... Nee. Boah, das wäre cool. Ist zwar gerade nur eine Gedankenspielerei, aber wegen des... Zahlen von oben nach unten eingeben. Also 1, 0 und dann 3. Ja. Ich weiß natürlich... Die Seite kommt zuerst, dann kommt die, dann die. 1, 3, 0. Aber ich denke mir da gerade dabei... Wie cool wäre es, wenn es noch eine weitere Kombination gäbe, die einfach ein Zusatzfach zuerst öffnet, wo man noch mehr erfahren könnte. Das wäre so richtig, richtig cool. Also das Hauptfach, wo man auch einfach weiterkommt in der Geschichte, aber wenn man jetzt zum Beispiel diese für das Hauptfach Zahlen hier findet, und man sich denkt, Moment, vielleicht sind hier noch irgendwelche... Ich denke mir noch weitere Zahlen irgendwo hinterlegt, dann gibt man die zuerst ein und dann kommt was ganz anderes bei heraus. Also so ein Zwischenfach, so ein Vorfach. Weiß zwar nicht, was da drin sein sollte, aber der Gedanke ist schon ziemlich cool. Ich glaube, wir müssen das Schloss aufbrechen. Ja. Geschafft. Hier muss es etwas geben, um das Schloss aufzubekommen. Wir müssen ohne die Kiste zu zerstören. Guck mal. Von links nach rechts. Ich schätze, sie hat nicht geahnt, was für ein Arsch er werden würde. Liebste Marianne, ich muss dich wiedersehen. Ich weiß, wie das jetzt klingt und ich möchte nicht, dass du mich für einen Schürzenjäger hältst, der jeder Frau nachhängt, die neu in Dallas Crossing ist. Ich habe meine Gelübde immer ernst genommen, doch mein Treffen mit dir hat alles verändert. Wenn wir zusammen sind, fühlt es sich an, als würde ich im Dunkeln ohne Scheinwerfer mit 120 die Autobahn entlang rasen. Und ich will, dass dieses Gefühl nie vorbeigeht. 120 Meilen oder Kilometer in der Stunde? Ich weiß, dass es falsch ist und wir beide viel zu verlieren haben, aber ich muss dich einfach wiedersehen. Was für ein Arsch. Ich hoffe, dir geht das auch so. Herz. Fürs nächste Mal habe ich dir eine Kleinigkeit gekauft. Ich kann es kaum erwarten, dich darin zu sehen. Das ist übrigens PS. Dieser Arsch, ey. Aber nicht zu seinen Kindern stehen wollen. Fuck. Das ist hart. Marianne, es tut mir leid. Dieser, dieser Typ wollte Marianne eine Abtreibung aufzwingen, obwohl sie uns behalten wollte. Marianne, es tut mir leid, dass du in dieser Lage bist. Boah. Marianne, es tut mir leid, dass du in dieser Lage bist. Du glaubst, du wärst eine tolle Mutter und ich habe keine Zweifel, dass du es eines Tages auch sein wirst. Aber hier und heute müssen wir dafür sorgen, nicht gleich drei Leben zu ruinieren. Meine Ehe ist schon länger zerrüttet, aber das verdient sie nicht. Aha. Doch vor allem mache ich mir Sorgen um dich. Die Menschen hier zerreißen sich gern das Maul. Ich möchte nicht, dass du das durchmachen musst. Ich weiß, dass du zur Zeit etwas knapp bei Kasse bist und ich werde mein Möglichstes tun, um dir zu helfen, das Richtige zu tun. Sag mir einfach, wie viel du brauchen wirst. Wo ist er bloß hergekommen? Ich habe auf dem Weg keine Autos gesehen. Er ist hinter die Scheune gerannt. Alles andere weiß ich ebenso wenig wie du. Schnee sollte es leicht machen, seine Spuren zu verfolgen. Es sei denn, er ist auf einem Besen geflogen. Jetzt ist es ja gar nicht so eindeutig. Ich schätze, sie hat nicht geahnt, was für ein Arsch er werden würde. Hm. Ich überfliege es gerade nochmal. Also das hier klingt weniger nach Sam. Stell euch mal vor, der eine Brief ist vom Vater der beiden, der andere vom Sam. Also der Rechte vom Sam. Der vielleicht einfach nur... Der ja voll auf die Marianne steht. Und der nur das Beste für sie will. Und... Der steht ja mit dir das Maul zerreißen. Das ist hart. Dieser... Dieser Typ wollte Marianne eine Abtreibung aufzwingen. Obwohl sie uns behalten wollte. Also es lässt zumindest Zweifel offen. Vielleicht sind ja beide Briefe von Sam. Vielleicht beide von diesem blöden Tom Wecky. Vielleicht sind aber nur der eine Brief von... ...dem einen und der andere vom anderen. Könnte wirklich beides sein. Man kann es nicht gerne mal rauslesen. Also bei Sam kann ich mir vorstellen, dass er einfach will. Wegen hier das Maul zerreißen. Könnte halt auch der Sam sein, nicht bloß diese blöde Wecky. Gar nicht mal mit dem Gedanken von... Ich habe auf dem Weg keine Autos gesehen. Er ist hinter die Scheune gerannt. Alles andere weiß ich ebenso wenig wie du. Der Schnee sollte es leicht machen, seine Spuren zu verfolgen. Es sei denn, er ist auf einem Besen geflogen. Der Gedanke hier ist, wenn der Brief von dem Wecky ist, dann geht es ihm darum, hey, wenn die Kinder da sind, dann wird das irgendwann mal uns auf die Füße fallen. Dann fliege allen voran ich auf. Meine Ehe ist eh schon zerrüttet. Kann ja auch sein. Oder wenn es vom Sam ist. Nee, dieses meine Ehe ist schon länger zerrüttet, aber das verdient sie nicht. Doch, das lässt doch daraus erschließen. Das lässt doch darauf schließen, dass dieser Brief hier vom Papa ist. Vom Papa der beiden. Denn warum sollte Sam schreiben, der gar nicht der Vater ist? Meine Ehe ist schon länger zerrüttet, aber das verdient sie nicht. Nee, das war ein zu fixer Gedanke, aber ich habe nochmal darüber nachgedacht. Der Brief kann auf jeden Fall nicht vom Sam kommen. Geht nicht. Und Sam kauft der Marianne was Schönes? Nee, die sind beide vom feigen Arsch noch. Aber es war ein Gedanke, der mir aufkam, wollte ich zumindest mal angesprochen haben, aber ich muss es leider wieder zur Seite legen. Wobei, was heißt leider, ich muss es zum Glück zur Seite legen, denn so ist es besser. Was? Was zum Teufel? Also, Marianne hat eine Kiste unter der Scheune versteckt. Eine Kiste voller Briefe von unserem Versagervater. Es ist klar, was passiert ist. Glaubst du das, was ich glaube? Ja, dieser Kerl hatte eine Affäre mit Marianne und wollte jetzt die Beweismittel vernichten. Er muss gehört haben, dass wir das Haus ausräumen. Er hatte Angst, dass wir sie finden. Weißt du, ich... Ich werde das Gefühl nicht los, dass er schon mal hier war. Wenn Marianne abtreibt, dann gibt es die Kinder nicht. Dann gibt es nur ihn und Marianne und vielleicht noch jemand, der eingeweiht wurde. Und dann muss es ja auch gewissermaßen eine ziemliche Erleichterung sein für den Versagervater. Oder musste es gewesen sein, als Marianne gestorben ist? Weil damit ist schon mal die größte Gefahr, dass das rauskommt, weg. Okay. Ich meine, die Kinder wissen nichts. Klar, die können darauf stoßen, deswegen auch hier zum Beispiel Beweise vernichten. Aber man stelle sich mal vor, die Abtreibung wäre gelungen und die Marianne dann irgendwann gestorben und sie hätte niemandem erzählt, dann hätte er einfach das Geheimnis für sich gewartet. Ich habe auf dem Weg keine Autos gesehen. Er ist hinter die Scheune gerannt. Alles andere weiß ich ebenso wenig wie du. Schnee sollte es leicht machen, seine Spuren zu verfolgen. Es sei denn, er ist auf einem Besen geflogen. Aber das denkt dann auch nur der Veki, denn die Tessa wusste ja Bescheid. Krass, wie sie mit ihr im Leben einfach weitergelebt hat. Und allen voran wie aufrichtig und glaubhaft sie einfach vermittelt, dass sie sich um die beiden, um Thailer und um Alison gesorgt hat. Das ist stark. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge die Spuren verfolgen und dann spielt die Erinnerung wieder einen Streich. Dann hört man den Sam. Aber das wäre viel zu einfach und die beiden sprechen es auch gar nicht an, weil, ja. Das finde ich trotzdem weiterhin komisch. Also klar, dass man hier Sams Stimme und dieses Erinnerungsspielen einen Streich nutzt, um den Spiel auf eine falsche Fährte zu locken. Aber dass die beiden, die ja auch die Stimmen hören, da Sam gar nicht wiedererkennen. Vielleicht hören die ja eine andere. Ah, ich weiß nicht. Es wirft halt Fragen auf und dass es nicht geklärt wird, ist ja immer so ein Spielraum für Gedanken hier und da und dort. Gut, aber wir bleiben noch etwas bei der hoffentlich schönen kleinen Spinne und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.